Ja, ich bin hier gerade in Stuttgart und am Samstag sind wir in Mannheim in Route 7 mit Sting Like a Bee. Und ich habe hier noch einen Kollegen, der will euch noch was sagen. Der Gerät wird nicht müde. Der Gerät steht nicht an. Der Gerät ist immer voll der Chef im Geschäft. Und schneit das Donnerfleisch raus.